Die Stadt Hameln ist weltweit bekannt für die Sage vom Rattenfänger von Hameln. Daher ist es nicht verwunderlich, dass im Museum Hameln der Rattenfänger ein Themenschwerpunkt ist, inklusive einem mechanischen Rattenfängertheater. Die derzeit laufende Sonderausstellung Pied Piper International auf den Wegen des Rattenfängers bietet einen Einblick in die internationale Verbreitung der Rattenfängersage. Unser Datenset bietet Fotos von Skulpturen, Gemälden bzw. Bildern, Buchcovern und Filmplakaten, die alle auch in unserer Sonderausstellung zu sehen sind. Zusätzlich enthält das Datenset eine etwa 90-teilige Reihe von historischen Fotos. Diese zeigen Ausschnitte aus dem Festumzug der ersten Jubiläumsfeier zur Rattenfängersage 1884, also 600 Jahre nach dem überlieferten Datum des Hamelner Kinderauszugs. Die Metadaten liegen als XLSX-Datei vor. Der gesamte Datensatz hat eine CC BY Museum Hameln SA Lizenz.